Hallo und Willkommen zurück zu Lords of the Fallern mit Zusammenzocken und ich bin dabei eine Nebenquest zu machen und dabei gilt es Statuen mit dieser Waffe das ist der Thor Großhammer zu zerstören ich habe bereits drei gefunden glaube ich und drei zerstört und jeweils immer bekommt man ein weiteres Rüstungsteil und ja jetzt geht es munter weiter so ich weiß nicht genau wo sich die restlichen ach Mist das gibt manchmal so eine mehrere so nach Explosionen wenn man diesen Feind getötet hat und ich habe nicht herausgefunden bis jetzt herausgefunden wie genau wo genau man da stehen muss damit man da nicht getroffen wird hier schleiche ich mich an hat ja geklappt was ist das für ein Sound und ich habe 2000 Punkte die ich mit mir trage naja hätte ich natürlich einsetzen können so wo sind die nächsten Statuen Skulpturen ich drücke immer eins zu viel weil ich jetzt die Waffe 2 nicht trage und zack was war das so und 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 diese dieses Ding ist mir nicht geheuer so ich glaube ach da ist ein Feind so ich glaube ach da ist ein Feind Mist 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 eigentlich ideal für eine RAM Attacke mal jetzt ahhh na na Schlag doch zu ahhh 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 so gehe ich hier durch wo ging das hin wo führte das hin hier ist ein Ausgang ach so ach so ach so ja na so weit weg und so weit unten vor allem weg 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 oooookay aber die sind mittlerweile also mit der Waffe auch kein großes Problem mehr so waren hier unten noch welche ja natürlich zwei Stück sogar genau und du ahhh so stürzt du dich für mich ins leere ja ist doch schön ach ja mhm den Hebel den wir benutzt den ich gezogen hab vorhin oh jetzt jetzt falle ich gleich hier runter der hat hier eine Tür aufgemacht eine gitter tor das vorher immer verschlossen war und jetzt nicht ja ist doch schön wenn sich die dinge von selber erledigen ich glaube gestorben ist es nicht hm ich muss jedenfalls da rüberspringen ui knapp und finde eine Truhe oh Stab Kopf Splitter 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 Quest Gegenstand Stab Griff Stab Kopf ähm ne sieht wie das Kopf Teil eines Stabs aus und verströmt Kälte passt zu den gefundenen Griff und die zwei zu verbinden fehlt aber noch fehlen aber noch Teile aha hm hm wo kann man das wohl einsetzen und es fehlen aber immer noch Teile keine Ahnung ich weiß es nicht so geh ich mal hier rein aber ich bin ja hier schon gewesen hier müsste es ein Magier geben der nicht da ist das freut mich da hier an der Stelle war vorher eine eine Skulptur einer dieser Skulpturen die ich suche stand da stand da und ach ja hier war noch ein Durchgang wie war das hier 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 ist nichts neues waren hier die Spinnen das ist eine kleine das ist eine kleine sieht so aus au hallo da ist ja die Große da ist ja die Große äh ah na vergiftung so so ja ach schade ich hätte sie gerne ins Loch geschubst zack alles mitgenommen gut öffnen aha was habe ich denn da übersehen Trophäen ich habe alles gesehen Trophäen ich habe alles gesehen Buspanzer und Großaxt Brecher Lass dich nicht von denjenigen in die Irre leiten die glauben dass Waffen einzigartig oder besonders sein können es geht nur um physische Kraft ja ist auch nicht besser als das was ich jetzt habe ähm sogar schlechter und dann habe ich ein Panzer ein Brustpanzer bekommen ich glaube das war der hier ne ja bin mir nicht sicher aber sehr schwer genau wie der ja wir sind alle super schwer was ich trage ist Gewicht 3 2 das kommt schon mehr näher 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 11 ja lass ich aber jetzt so es lohnt sich nicht dafür habe ich den Sockel da noch drin und jetzt habe ich alles gesehen so hier bin ich ja gekommen und hier waren auch Spinnen drin so heilen und kapeng achso ich habe 5400 die ich doch in Sicherheit bringen werde wenn ich schon mal hier bin so ist hier jemand ne so da ist noch eine kleine Spinne gut ist da was? ne Moment da war früher immer ein ein Zauberer aber vielleicht habe ich den auch besiegt vorhin ja weil ich war ja da auf der anderen Seite vorhin jetzt gehen wir mal hier rüber oh den habe ich nicht gedacht nein ja ja aha aha so ach der lässt was ja aha so ach der lässt was ist habe ich den verpasst habe ich den verpasst vollstand da doch doch und der kommt mir auch irgendwie bekannt vor also ich habe den Schlüssel hier nicht drin da bin ich mir sicher ob ich da schon mal drin war ist da was? ist das eine Truhe? und wie kommt man da hin? ist das ein Durchgang oder? weiß ich nicht einmal versuche ich es noch ne sieht auch nicht so aus als ob das gehen würde so ich glaube ich bin jetzt an meinen Ausgangspunkt gekommen hm von hier ging nämlich die Reise los durch dieses Gebiet durch dieses Gewölbe aber ob ich in jeder Ecke schon war ach ja hier ist der Kontrollpunkt da unten ja ja hier war ich schon hm 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 ich habe mich erschrocken so und dann bin ich wieder hier ja also hier gibt es irgendwie noch ein Geheimnis oder? hm 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 oder das letzte Mal hatte ich das schon alles abgeklappert mit dem Kompass ähm äh ring der mir ja anzeigt wo es wo es noch ein Geheim, eine Geheimwand, einen Geheimdurchgang gibt mal gucken ob hier noch was passiert ich glaube es gab auch kein 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 Geräusch das letzte Mal nur von oben ne hier gibt es kein Geheimnis anscheinend dann nehme ich wieder den zurück so na nein wo war das knapp wow war das knapp oh man oh man oh man ach guck mal so heilen so heilen dann war ich noch nicht hier doch ich bin hier ja runter gekommen genau und war ich jetzt hier durch ich ach ne hier war ich noch nicht ich brenne hm 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 so da unten war doch auch nichts mehr oder äh guck ich mir aber kurz hin an na willst du nicht da runter scheiße äh gut hat mir nichts getan so und jetzt explodier mal schön ich will nicht darunter stürzen es geht in die schulter ne schwere waffe zu tragen die schwere waffe zu tragen so war es das ne ne hier ist nichts mehr wieder zurück außerdem ne 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 ist ne 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 Tjoa. Das könnte es sein. Ich könnte hier durch. Best Galerie. Ah ja. Ja. Ich glaube diesen Ausgang habe ich schon mal benutzt. Gab es nicht noch einen Ausgang irgendwo? Weiß ich nicht. Ich gehe mal einfach hier durch. Ja. Ja. Achso. Auch dieser Typ mit dem menschlichen Schädel. Das war ja auch in dem vorderen Bereich der Gegend hier. Wo bin ich? Ich glaube ich weiß wo. Ähm. Den könnte ich ja auch nochmal versuchen zu finden. Genau. Da geht es raus. Ich gucke da mal in die, um die Ecke hier. Hier. So. So. Und. Gut. Ich gehe in diese Richtung. Ich gehe in die Richtung. Ein bisschen. Ein bisschen. Ähm. Okay. Halt. Adios Zorn wuchs. Ich gehe hier runter. Ah, da ist ein Titan. Da ist... Ich sehe zwei Titanenherzen. Der erste ist hier. Er pocht. Und der andere war da hinten. Gucken, wo war... Da. Da war er. So. Aufgenommen. Kommt mal in eine Reihe hier. Zwei hübschen. Ja. Das ist doch sehr schön. Schade, dass es... Ah, jetzt. Sehr schön. Ja, wenn man sich an diese Waffe gewöhnt. Schlund. Kann ein Kiefer sich selbst verzehren und dabei brechen? Könnte Magie ihn danach heilen? Eine Antwort genügt. Man kann damit töten. Ein Klebe. Haupt, Hand. Haupt, Hand. Das heißt zweihändig? Ich weiß es nicht. Gut. Ich behalte meinen schönen Hammer. So. Wie bin ich? Woher? Wie? Wo? Wie? Was? Wofür das denn hin? Ach ja, das war der Ausgang, den ich später genommen habe. Ich will aber... Ich möchte aber erstmal in den vorderen Bereich. Das geht hier durch. Oh. Dich habe ich vergessen. Und einmal hier Pitstop. Da ist auch keiner. Dann gucke ich mal in die Ecke hier. Hier war eine Spinne. Ich gucke nur nach... Ich will nur sehen, ob es... Skulptur... Nö. Boah. Boah. Ist die rumgeflogen. Nein. Nein. Da. Ah. Das reicht dir, oder? Genau. Das ist auch ein Schmied. Guck mal. Schlüssel benutzt. Splitter. Und Kurzschwert. Also die Waffen sind schon sehr, sehr schön gezeichnet. Hier das Inventar. Aber die meisten benutzt man nicht. Also ich bis jetzt nicht. Aber man hat viele Waffen, viele Möglichkeiten. Eine der schnellsten Rogawaffen, die es gibt. Und menschliche Hände können sie gar nicht so schnell schwingen. Geschicklichkeit 18. Deswegen versuche ich auch eigentlich, dieses Geschicklichkeit höher zu bringen. Das sind die schnellen Waffen. Die brauchen diese Geschicklichkeit. So. Weiter geht's. Hier brauche ich nicht mehr rein, nehme ich an. Dann geht's hier weiter. Gucke ich mal hier mich um. Nach Neuigkeiten. Kroch. Aha. Kroch. Ja. Kroch. Ich guck mal hier um die Ecke. Oh, die Kamera war ganz fies gerade. Kroch. Ja. Hallo. Äh. Zu reden. Kroch. 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 Ich habe hier ein paar. Nehmen Sie dir. Rurha-Krack. Einer mehr. Kroch. Kroch. Dein bemalter Rurha-Scheddahl. Was zum hässlicher Bastard. Kroch. Der will mein Schädel. Hat er gesagt? Aua, 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 aua. Ah. Hässlicher Bastard. Weg, 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 weg. Ich muss weg hier. So. Da waren jetzt zu viele auf einmal. Ah, schön. In einer Reihe. Das ist schön. Na, komm her. Rennst der weg? Wenn du mich siehst. Zack. Oh, noch ein Magier. Wo ist er da? Ach, schlag doch. Ja, jetzt keine Ausdauer mehr. Und ich habe auch keine. Ah, weg. Nein. Ah, verdammt. Aber ich hatte gespeichert, glaube ich. Hm. Na. Na. Hatte mich vorher mal heilen sollen. Hä? Habe ich nicht gespeichert? Oh, nein. Oh, nein. Ne, Moment. Falsch. Hier runter. Und dann hier her. Genau, jetzt speichere ich aber. Nein. 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 So, ich gehe mal hier um die Ecke, weil ich weiß nicht, ob der da hinten auch kommt. Den möchte man ja nicht von hinten auch noch haben. Oh. Komm, schlag doch. Oh, 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 das war, das war zu viel, das ist zu viel. Jetzt kommen sie. Na, jetzt hauen die ab, ne? so hier steht hier schön in einer reihe weg 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 oh kacke dreht er mir den rücken zu ach ja da ist die waffe zu langsam gut wo bist du stinkender ja und jetzt und jetzt redest du nicht mehr mit mir dann muss ich dich wohl leider töten und eine fischsuppe hier auch naja naja dann was macht er naja 2000 ep drachenschild rüstung blutsauger ich hab noch was da haltung geblockte angriffe stellen magie wieder her eine magie durch wirkte version des schilds haltung er ist leichter an zu haben und effektiver gegen elementar angriffe oh ja oh ja physischer block widerstand sogar 100 der ist besser als das was ich habe ohne runen naja magie habe ich 100 oder 94 verstehe ich jetzt nicht genau aber viel 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 leichter ich glaube das probiere ich mal aus balance ist es ein bisschen schlechter aber geblockte angriffe stellen magie wieder her das ist natürlich super ja nehmen wir dann mal mit und was haben wir noch blutsauger mit diesem amulett kann das töten schnell zur sucht werden da es deiner gefallenen gegner gesundheit und magie entziehen kann lass es nur nicht besitz von dir ergreifen magie und gesundheit oh das ist ja super schön das ist ja besser als das was ich hab wahrscheinlich der hatte der gab zauberkräfte achso ja magie genau den nehmen wir doch den nehmen wir doch sonst noch was ne 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 schön ich glaube das hat sich gelohnt hier vorbei zu kommen ich kann jetzt ich bin jetzt schneller ok ich geh mal weiter nach unten weiter auf die äh auf die Suche nach den Skulpturen vielleicht ist da Oben was Oh, was war das? Was war denn das? Hier ist der Dicke Weiter hin Ich brenne Oh, das ist Ja, das ist ja schön Dieses Rotieren der Waffe Ach, ich werde beschossen Von irgendwen Warte mal Ist da was? Ah Oh Das war dumm Ich wollte hier hin Um das zu machen Ja, aber Hier ist nix mehr Da ist ein Hund Könnte ich auch Auslassen Wieso hat der schon Er ist wahrscheinlich Durchs Feuer gelaufen Nehme ich an So Und ich nehme mich auch noch mit Wow, von hinten Diese Attacke von hinten War ziemlich gut 9000 Punkte Immerhin Und speichern So Ich denke da wird es nix Neues geben Ja Ich habe ja ziemlich Alles Abgeklappert Wo ich noch nicht war Ist hier unten In diesen Gefängniskammern Da geht es Jetzt auch mal hin Der Vollständigkeit halber Und Vielleicht auch noch In diese Ecke Da hinten Ich glaube da war ich Ne Da brauche ich nicht hin Ach Jetzt ist der Dicke Wieder da Hallo Und er heilt sich Na Ach das Dumme ist Bei dem Schild Ich habe Natürlich Kein Da ich Das Schild Ja nicht Das Schild Auf den Rücken Trage Kann ich Kann ich ja Keine Keine Angriffe Blocken So Das Mal Mh 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 So Hier wollte ich hin Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das habe ich mir gedacht. Wir können auch hier oben kämpfen, wenn du möchtest. Wow, war das gut. Weg, weg, weg. Da was, da was, da nix, 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 nix. Okay, hier mal reingehen. Ich glaube, da war ich noch nicht. Das können wir mal ausprobieren. Ich glaube, da war ich noch nicht. Na, mal schauen. Ah, viel Zeit ist nicht mehr. Ich hoffe, das reicht aber. Oh, da ist ein Licht. Lass ich mal schauen. Und da ist ein Gegner. Da ist ein Gegner. Oh. Da. Gut funktioniert, oder? So, stellt euch mal in eine Reihe. Nein. Da. Zack. Was haben wir noch? Da ist irgendwas. Aha. Ein Herz pocht. Warte mal. Dann gucke ich nochmal hier. Bist du alleine? Nee. Da hinten ist, glaube ich, noch einer. Ja. 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 Nein. Ja. 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 Warte mal, war da? Hat er was liegen lassen? Oh, Truhen. Eine Ansammlung von Truhen. Die aber leer sind. Och, ne. Was soll das denn heißen? Oh. 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 Ja, zwei und drei. Rollen, 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 rollen. Oh, oh shit, dass er nochmal den Sprung macht. Drei, zack, an wie viel Energie hat er denn noch? Drei, und, ja. Ja, hat er was für mich da gelassen? Nee. Ja, das ist, das ist ziemlich ärgerlich mit den Truhen. Ich weiß nicht, was hier passiert ist, ob das so sein soll. Hm. Da hinten sehe ich noch hier eine Rune. Ja, was soll das alles bedeuten, ne? Da ist noch eine. Da ist noch eine. Hm. Moment, ich mach das mal so. So, wo bin ich denn hergekommen? Ich glaube, es gibt auch einen Titan hier drin. Vielleicht muss man den erstmal besiegen. Ah, was ist das? Oh, mein Timer. Hä? Ich hab den weggeschubst. Da ist er. Und ich muss hier raus. Ich muss, ich muss raus. Ich muss speichern. Oder ich muss weg. 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 Ich muss speichern. Ich muss wirklich speichern. Beziehungsweise einen Schnitt machen. Dann machen wir das hier. Komm. Ein Schnitt. Und wir sehen uns das nächste Mal weiter. Danke fürs Zugucken. Bye, bye.